Das heißt, Sie meinen unter anderem, dass der Unterschied zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten in Österreich zu gering ist oder praktisch nicht vorhanden ist, oder? Ja, ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, weil so kenne ich ja die ganzen Menschen nicht, wie viele die beziehen. Aber ich weiß ganz genau, dass das System hinten voran eckt. Das kann nicht wahr sein, dass ich ständig zu Hause bin und ein Geld habe und bin eigentlich in der Lage, eine Tätigkeit auszuführen. Und wir in unserer Branche wissen nicht, wo wir Mithilfe haben, um unseren Betrieb führen zu können, weil jeder lieber spazieren geht oder ich weiß nicht was und von irgendjemand anderem lebt. Oder ich kann es nicht erklären, bei mir würde das nicht funktionieren, weil das bin nicht ich.